ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu kummer an den conquer alarmstufe rot 1 remastered edition gegenschlag auf seiten der alliierten wieder so langer titel und ja wir haben beim letzten mal diese extrem schwierige mission fertig gemacht wo der russe sehr viele einheiten hatte und da machen wir jetzt mal mit der achten mission der alliierten weiter allerdings gucke ich mir mal ganz kurz jetzt noch mal hier die neue bonus galerie an was haben wir denn hier hintergrundillustration einer testbasis aus alarmstufe rot auch ein cooler screensaver für ein bildschirm finde ich aber gut leute würde ich sagen legen wir einfach mal los wir hatten hier gegen schlag hier gegen schlag sibirien 3 wildnis okay da gab es glaube ich auch keine cutscene ich glaube bei den cutscenes ist es immer so da gibt es von einem bereich gibt es am anfang eine cutscene die alle drei missionen zusammenfasst ganz genau so die letzten truppen der sibirischen sowjetarmee sind in die eiswüste geflohen wo sie eine neue basis errichtet haben zerstören sie den deren verteidigungsanlagen so dass unsere truppen auf ihren weg nach moskau kein auf keine probleme stoßen die mission ist abgeschlossen wenn alle russen zerstört wurden alles klar würde ich sagen wir kriegen direkt verstehe ach du scheiße direkt mal ein raketenwerfer zwei bauhöfe was die mission sagt mir jetzt mal so gar nichts leute die mission sagt mir jetzt mal so gar nichts wirklich okay zwei bauhöfe krass gut leute da würde ich mal sagen da die von einer operation in moskau sprechen in der einsatzbesprechung denke ich mal dass diese story parallel zum original alarmstufe rot 1 abläuft das kann natürlich sein das kann natürlich sein so wo stelle ich das ding jetzt am besten hin ja mach hierhin kommen großkraftwerk sehr schön Leute wir können großkraftwerke bauen ach du heilige ja gut mach die kaputt die kriegt hier hin so alles klar da hat er direkt schon wieder einheiten der sack so aber passt schon ich will ja mit denen einfach nur erkunden und das hier ist nur so ein kleiner see ok hier sind edelsteine sammeln die mal wo ist denn der sammleiser so der sammler sammelt mir jetzt mal bitte die edelsteine ein ganz genau ein schön einen sacken äh jo karte bisschen erkunden wie gesagt ich diese mission sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts leute gar nichts keine ahnung wirklich so war da station dann hoffe ich mal dass wir uns jetzt endlich mal hier in ruhe aufbauen können aber das war ja echt schlimm in der letzten mission ach du scheiße ne können wir nicht wo hab ich denn die panzer her verstärkung gekriegt oder was ja geil dann hab ich verstärkung gekriegt ok so wir können immer noch kein tech zentrum bauen wird gebaut oh ok da sind meine jeeps ok machen wir diese wenigen platt und jo leute wie gesagt also command and conquer weiter geht es weiter schön direkt im anschluss quasi für mich an die letzte folge und jo gehen wir mal ein bisschen weiter erkunden ich hoffe dass der gegner uns noch ein bisschen in ruhe lässt ich hab keinen bock auf den mist wirklich nicht ich hab keinen bock auf den mist schau doch den anbieter ey ach du heilige bestätigt ja der hat hier einiges an manniken rumstehen ne ja gut komm dann mach die kaputt ach sehr schön Der eine Jeep, der macht tatsächlich fast alle Raketen, äh, Miniken platt. Oh Mann. Okay. Krass. Leute. So. Wir können BMTs bauen. Okay. Interessant. So. Einfach verteidigen hier unten. Wir haben einen zweiten Bauhof. Ich weiß nicht, warum wir einen zweiten Bauhof haben hier. Wir können den auch nirgendwo... Damit das Bauen schneller geht, ne? Ich würde sagen, den nutze ich direkt. Vielleicht war das ein Fehler. Ich weiß es nicht. Ich habe aber noch Jeeps. Die werde ich nutzen, um hier diese Flammenwerfer wegzumachen. Schaut mal, wie schnell das jetzt geht mit dem Bauen. Ah, diese Flammenwerfer weg hier. Los. So. Alles klar. Dann weitermachen. Du sammelst bitte Edel... Och, du Scheiße. Äh, schieß nochmal da unten drauf. Ja. Da ist eine Kiste. Ach, du. Nee. Der immer mit seinen fünf Manneken, ne? Nein, doch keine. Schießt die jetzt mal da drauf? Ja, toll. Jetzt schießt die kaputt hier, verdammt nochmal. Ach, du Scheiße. Zwei Panzer. Oh, Mann. Bitte, Kommandor. Spion. Was will ich denn mit einem Spion, Leute? Was soll ich denn damit? Keine Ahnung. Wirklich. Keine Ahnung, was ich hier mit einem Spion soll. Aber gut. Bauen wir einen Bunker. Ich glaube, um den ein bisschen hier zu erkunden, ne? Das ist auf jeden Fall die letzte Sibirien-Mission, Leute. Ah, und wir können Hubschrauber bauen. Das ist geil. Wir können Hubschrauber bauen. Oh mein Gott, das wird jetzt episch, Leute. Die Hubschrauber, die sind so geil von den Alliierten. Muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Geschlapp, alles klar. Die werde ich einfach mal hier hinpacken. So. Dann haben wir den Rest, haben wir eigentlich, ne? So, wo ist der Spion? Hier kann man hier in die Basis laufen und gucken, was der Gegner so hat. Na toll. Oder auch nicht. Drecksvieh. Naja, gut. Leute, wir haben hier noch... Ach, du Scheiße. Okay, wie viel Schaden machen die? Alles klar, wir haben hier noch ein paar Manikin. Die werde ich nämlich nicht brauchen. Deshalb, ja, wollen wir noch einen Hubschrauber, bitte? Da kommt das schon wieder mit, so ein scheiß Manikin da. So. So, einfach drauf fahren da. Los. Und hier drauf fahren. Ich baue dir jetzt gleich Flachs hin. Wirklich. So. Ach, du Scheiße. Ja, Sir. Oh, okay. Äh, ihr kommt mal bitte hier hin, ja? Verteidigt mal hier. So. Den Kacke kaputt da, los. So. Was kommt da? Schau mal da unten. Ach, du Scheiße. So viele Grenadiere. Oh mein Gott. Aber das hätten wir besser lösen können. Indem wir direkt die Hubschrauber-Flap gemacht hätten. Aber gut. Ich kann halt nicht alles gleichzeitig machen, ne? Wirklich nicht. Verteidigen wir uns mal hier auch weiter. Verteidigen wir uns mal weiter hier. Gut, Leute. Äh, weiter verteidigen, bitte. Aber du sammelst mal bitte hier vorne den Kram weg. Konstruktion abgeschlossen. Brrrr. Einfach einmal um die eigene Achse. So. Konstruktion abgeschlossen. In Ordnung. So, und dann weitere Hubschrauber, bitte. Melde mich wie in Ordnung. Manneken könnte man hier hinlaufen. Und jo, Leute. Dann haben wir den Anfang in der Mission ja schon mal relativ gut geschafft. Add-on, 8 Mission. Und ja, hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Und dass es euch vor allem gut geht. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja sehr... Äh, wie kann man sagen? Ich hoffe, dass es meinen Zuschauern allzeit gut geht. Vor allem in der aktuellen Situation. Es wird ja wieder schlimmer im Moment, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Oh, cool. Schaut mal da. Was lacht mich denn da unten an? Edelsteine. Oh, da sind sie schon wieder, die Penner, ey. Wirklich. Artillerie, jetzt fahr da schneller hin. Ich lasse die jetzt da stehen. So. Lass die Artillerie da stehen. Wirklich. Die nerven doch langsam. So. So. Reicht. Öh. Öh. Okay. Ach, du Kacke. Okay. Egal. Leute. Wir haben es verteidigt. Das soll er mal versuchen jetzt hier. Ach, nö. Das ist jetzt aber Kacke. Äh, gut. Upschrauber. Da müsst ihr mal bitte aushelfen. Ah, ich liebe diese Upschrauber. Schaut euch die an. So. Also, ich muss mich weiter verteidigen hier. Äh. Jo. Der sagt, ach du Scheiße. Ah, nein, nicht schießen. Ach, verdammt. Mit einer Reik mit, äh, alle meine Männiken weg. Na, super. Oh, nee, Leute. Keine Energieprobleme. Verdammt. Verdammt. Ja, gut. Egal. Leute. Äh, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das mal weiter. Wie gesagt, ich hoffe, ihr kommt gut durch. Auch wenn es gerade wieder schlimmer wird mit Corona. Äh, ja, da kann... Das ist ja gerade... Och, du Scheiße. Das ist ja gerade nicht abzusehen, wie sich das weiterentwickelt, ne? So. Ja, danke. Peller. Wirklich. Du Sack. So, was kommt da? Fünf Flammenswerfer. Auch nicht schlecht. Und auf einmal mit fünf Flammenswerfern an. So, dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Dann können wir aber Einheiten bauen. Ja, der kommt doch wieder mit dem Panzer. So, wo ist der? Aha. So. Jetzt kann die Artillerie direkt ballern hier. So. Die einfach direkt wegmachen hier. So. So. So, die kriegt ihr, Leute. Ah, wir brauchen Silos. Oha. Wow. Wo kommen diese ganzen Grenadiere her? Krass, Leute. Äh, gut. Wir haben vier davon, vier davon. Oh, gut. Dann bauen wir einfach mal weiter. Wo ist der Sammler? Ja. Der sackt sich nach wie vor die Edelsteine ein. Sehr, sehr. Och. Und der Russe auch. Ne, das lassen wir aber nicht zu. Der Russe auch. Ne. Dann. Fahrt ihr mal da hin, bitte. Bewacht ihr schön, die Edelsteine. Das sind unsere. Ja. Die hat der Russe nicht verdient. Das ist so ein Arsch. Einheit bereit. Ne, ne. Ne, ne. Das lassen wir nicht zu. Ganz und gar nicht. Gut. Nochmal kurz speichern, liebe Leute. Einsatz gespeichert. Ich nehm's nach wie vor an diesem Samstagabend auf. Mitternacht. Wieder eine Mitternachtaufnahme. Und ja, jetzt drauf hier. Los. So. Lass denen nicht die Edelsteine einsacken. Nein, nein. Leute. Lass denen nicht die Edelsteine einsacken. So. Weg mit denen. Och du Scheiße. Hohoho. Manniken. Ach du Kacke. Ja, es war klar, dass die Panzer drauf gehen. Aber eher der Russe die kriegt. Ja. Die Edelsteine. Nehm ich mir lieber die Edelsteine. Ganz ehrlich. So. Was versucht dann jetzt? Flugzeuge. Ne. Die Kacke kaputt hier. Los. So. Und zack und zack. So. Wir sacken uns die Edelsteine ein. Los. Nicht du, blöder Russe. Was ist das da eigentlich? Da ist bestimmt Kohle drin, oder? Ist da Kohle drin oder ist da eine Bombe drin? Da ist Kohle drin, alles klar. Und der? Kommt mal bitte hier hin. So, da haben wir... Da oben haben wir nämlich jetzt eine Artillerie drin stehen. Ach du Scheiße. Ja Sir, in Ordnung. Die sind so OP, die, äh, Flammenwerfer. So. Weiter sammeln. Bestätigt. Ja, das ist bestimmt ein Raketenwerfer. Nein, Panzer, okay. Bunker weg. Ja, super. Boah, die Waffen von den Alliierten, ne? Die nerven langsam. Einfach nur so mickrige Mini-Waffen hier. So. Leute, gut. Einfach weiterbauen. Was kommt da schon wieder? Weißt du was? Bauen wir eine Flak. Ich will dieses scheiß Flugzeug da weg haben. So. So. Und mach den weg. Und weg machen. Sehr schön. Das war's schon mit dem. Wenn der nerven will, dann soll er es zu spüren kriegen, die Konsequenz. Ach, was hat denn der Panzer wieder gemacht? Na gut. Egal, mach den, mach den weg. Komm. Weißt du was? Bauen wir noch eine Flak? Ach du Scheiße. So viele Benniken. Die gehen natürlich schön immer zuerst direkt auf den Bunker, ne? Ist ganz klar. Ah, der Gegner ist schon nicht schlecht. Würde ich sagen. Nicht so... Zumindest nicht so stroh-dumm wie in der normalen Kampagne, ne? Die Gegner hier, die sind schon ein bisschen schlauer, muss ich sagen. Gut. Turm wieder nachbauen und weiter... Ah. Dafür hat er es wieder versucht hier. So, 2-2. Ah, mein Kater ist wieder hier. Und... Ja, das findet der Kater ganz aufregend hier, was hier passiert auf meinem Bildschirm. Es ist es auch. Also, komm, meine Gunker ist... Für Mensch und Tier... Ein Augenschmaus. So, Leute, dann reparier doch die Werkstatt. So. Alles klar. Na, komm mal runter. Komm mal runter. Du bist hier gerade in meinem Bildschirmkater. Da sehe ich doch gerade schon wieder... Flammen. Werfer, mein Sammlerblatt machen. Oh mein Gott. Okay. Boah, der greift oft an. Der greift oft an. Dann kriegt er auch noch meine Bunker kaputt. Der greift oft an. Wie auch in der letzten Mission, ne? So, wir haben jetzt noch 14 Minuten. Könnt ihr mal die Kohle reinbringen, bitte? So, dann brauche ich nämlich jetzt noch Bunker hier. Werfer, 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 werfer. So, mach den Kack kaputt. Verdammt. Verdammt. Aber das passt schon so. Das passt schon so. Ähm, jo. Wir haben nichts verloren. Oha, doch, fast hier. Pff, gut. Mein Rechner ist gerade voll laut. Keine Ahnung warum. Buh. Na ja gut, egal. Der hat es natürlich mit Flax abgesichert. Sonst hätte ich jetzt gesagt, hier mit den Hubschraubern mal angreifen. Gut, dann würde ich sagen, repariere ich mal alles. Und bau von den Rest der... Dafür sucht er es schon wieder. Das ist ein Trigger, ne? Glaube ich. Das ist ein Trigger, ja. So, 2-2. Ich habe doch schon wieder mit dem Panzer angeschissen, ey. Ich glaube es nicht. Der mit seinen Kampfpanzern. Aber gut, immerhin keine Tesla-Panzer. Äh, so wie in der letzten Mission, weil die waren echt nervig, die Tesla-Panzer. Ach, was kommt... Auf den armen Sammler hier. Der hat euch doch nichts getan. Warum wollt ihr auf den Sammler gehen? Verdammt. Die Kack-Raketenwerfer eh wirklich. Verdammt. So, mach die kaputt jetzt hier. Oh Mann. Okay, dann gehen wir lieber hier unten hin. Ach, du Scheiße. Äh, pfff. Jetzt kommt er aber... Jetzt kommt er aber da ganz schön heftig. Gut. Meine Einheiten, kommt mal bitte hier alle hin. Ach, du Heilige. So. So, gut, dann... Mach die Scheiße mal weg. Boah. Also das war... Ja... Nicht schön. Aber gut, das ist halt deren letzte Basis, ne. In Sibirien, ne. Klar, dass die hier ein bisschen aggro sind, ne. Na, komm mal weg. So. Gut. Ähm... Was kommt da schon wieder? Flugzeug. Ja gut, dann muss ich die Kohle einfach nehmen, um hier alles zu reparieren. So. Ach, du Scheiße. Die Artillerie ist auch schon wieder fast weg. Oh. Flammenwerfer. Der steht auf seine Flammenwerfer, ne. Wird gebaut. Naja, gut, egal. So. Das mal reparieren. Dann haben wir das doch eigentlich. Ja, da versucht das wieder hier mit seinen scheiß Manikin. Da versucht das wieder mit seinen Manikin. Aber das klappt nicht, lieber Russe. Das klappt nicht. So. Warte. Ah, gut. Da haben wir schon wieder ein paar. So. Alles wegmachen. Oh, nein. Scheiß Einheiten hier, ey. Wirklich. Aber das macht Spaß. Leute, das macht Spaß. Und... Jo. Die machen wir weg. Alles klar. Ich brauche mal... Moment. Ich brauche mal einen Gummipanzer zu erkunden, Leute. Ich brauche mal einen Gummipanzer. Ja, Sir. Ich stehe dich. Vielleicht sind die ja auch wieder hier Mittel zum Zweck, die Gummipanzer. Müssen wir gleich mal gucken. Wir brauchen Einsatzfahrzeuge. Genau, Kater. Hinlegen ist die beste Idee. So. Okay. Alles klar. Da haben wir noch 10 Minuten. In der Zeit kann ich vielleicht noch mal ein bisschen die Krachte erkunden, Leute. Ganz genau. Da sammelt der Sack nämlich, ne? Kommt der da rechtzeitig hin? Ich befürchte nicht. Ne. Ja, komm, dann lass. Ja, dann. Ist okay. So, Gummipanzer? Du kannst mal bitte erkunden fahren. Wie gesagt, wenn dieser Angriff jetzt nicht klappt, nehme ich einfach wieder eine Gummipanzerarmee. Ich meine... Ach du Scheiße. Da hat das schon wieder so viele Grenadiere, Mensch. Ja, dann fahr die einfach platt oder keine Ahnung. Die Grenadiere, ey. Mann, Mann, Mann. So. Überfahr die doch. Ne, der überfährt die nicht. Ja, das ist die Kacke hier, ey. Wirklich. Ja, gut. Komm, dann. Herr Kunde, halt meinen Spaß. Wo schon wieder? Hier. Ja, alles klar. Ah, nein. Verdammte Tesla-Spule. So. Was kommt da schon? Ihr lasst euch auch einfach abballern, ne? Macht ja nix, ne? Ne, ist ja okay. Lasst euch abballern. Ich verstehe das doch. Nicht. Mann, 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 ey. Die Einheiten. Wirklich. Wie bescheuert muss man sein? Und ich versuche jetzt mal wieder. So, was versucht der da? Unser Stützpunkt wird kaputt machen, los. Oh, nein. Da ist bestimmt eine Flakke oder so, ne? Ah, ist egal. Der will mein Sammlatt-Lock machen. Ich glaub's nicht. Gut, dann sammeln noch die, die, das Zeug und geh nach Hause kommen. Fahr nach Hause. Ist erst mal das Sicherste. So. So. Oh, die Mucke, Leute. Der Remix von der Kirchenmucke. Richtig geil. So. Mach den kaputt, den Scheiß. Mann, Mann, Mann. So. Zack, 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 zack. Ja, das reicht leider nicht. Einheit verloren. Och, Leute. Was macht ihr denn da schon wieder? Verdammt nochmal. Äh. Die lassen sich wieder abballern. Toll. Mann, 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 Mann. Blöder Busse. Wirklich, ey. So. Äh. Wieder nachbauen. Die Kacke. Ich brauch gleich, ich brauch glaub ich noch eine zweite Raffinerie. Ne, das geht mir grad ein bisschen zu langsam hier. So. Die Artillerie lebt zumindest noch. So, mach die Kacke kaputt jetzt hier. Los. Mach den kaputt. Jawoll. Sehr gut. Der Sammler ist weg, liebe Leute. Nichts mehr mit Sammler. Acknowledged. Okay. Was? Schick im Baby. Naja, gut. Okay. Jetzt kommt die Kirchenmucke. Äh. Oh, Mann. Oh, Mann, Leute. Ja, jetzt guckt mein Kater wieder mit. Also unsere Kater. Jetzt guckt er wieder mit. Hier, Kommandekonker. Ja, warum nicht? Wenn ich sonst keine Zuschauer hab. Jo. Ne, es sind ja ein paar dabei. Also das find ich ja auch cool. Äh. Es sind ja ein paar Zuschauer dabei, tatsächlich. Na? Es ist ja nicht so, dass ich es komplett alleine spiele. Was ich sehr geil finde. Ähm. Ja, da wäre zum einen der, der Jan Hartung. Der guckt sehr fleißig, äh, die Kommandekonker bietet. Fühlt sich super. Äh. Seine Stelle auch mal wieder gegrüßt hier. Und, äh. Ja, wen gibt's denn noch? Der Flying Dragon ist natürlich dabei. Flying Dragon Games. Der darf nicht fehlen. Und was kommt da schon wieder? Da, äh, versucht er wieder hier, die abzuballern. Ja, dann, keine Ahnung, schießt die platt hier. Und, äh, der Mastermind. Genau, der Mastermind ist auch dabei. Sei auch du begrüßt. Willkommen im Projekt, sozusagen. Und ja, freut mich, dass du mitguckst. Genauso sieht's aus, Leute. So. Oh, dann machen wir mal hier wieder weiter. Wir brauchen Silos. So. Ach, wieder hier der Stalin im Hintergrund. Ja, ja. Ach, Flammenwerfer. Die lieben ihre Flammenwerfer hier, kann das sein? Die lieben echt ihre Flammenwerfer. So, Leute. Gut, letzte Sibirien-Mission. Ich glaube, es ist nicht grundlos, dass die so schwer ist. Jetzt, wo ich auch sehe, dass es hier so viel Geld gibt. Und da ist ein Hubschrauber. Ach, tschüss, Gummipanzer. Du hast mir einen sehr guten Dienst erwiesen. Tschüss, Gummipanzer. Oh, macht's kaputt. Ah, super. Scheiße. Egal, dann machen die Hubschrauber das kaputt. So, was versucht der da schon wieder? Was versucht der da schon wieder? Direkt wegmachen. So. Hier kaputt machen. Weg, weg mit der Scheiße. So. Die Hubschrauber haben es im Arsch gemacht. Sehr gut. Alles klar, dann macht ihr erstmal hier weiter und lasst euch nicht abballern. So. Hier kaputt machen den Scheiß. So, Leute. So, alles klar. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr gut. So, dann können wir die hier mal wieder ein bisschen auffrischen. Bisschen verstärken. Mit den drei Dollarn noch hier ein bisschen... Oh. Ein bisschen reparieren. Die ist schon fast im Arsch. Einheit bereit. Dann, äh... Er setzt die mal mit einer anderen Artillerie. Ganz genau so macht man das. Und ja, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir mit den Hubschraubern mal hier... Diese Panzer da weg, weil die machen mich nervös. So, mach den weg. So. Einfach wegmachen. Einfach kaputt machen. Genau so. Dann kann der sich nämlich jetzt hier die Edelsteine einsacken. Ganz genau. Oh, nö. Da kommt er doch schon wieder. Was ist jetzt schon wieder hier oben? Ja, ganz genau. So, die Hubschrauber bitte hier diesen Panzer wegmachen. Ganz genau. Ja, der versucht's wieder hier, ne? Ja, das ist doch... Was für Einheit verloren. Wo hab ich denn Einheit verloren? Leute. Äh, ja. Keine Ahnung. Ähm, ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal weiter hier. So. Stellen wir die mal hier rein. Ich würde ganz gerne eigentlich noch... ... in die Basis fahren, um zu sehen, was er da hat. Aber ich sehe ja schon hier Tesla spulen, ne? Speichere das Ding nochmal. Mission 8. Einsatz gespeichert. Und dann würde ich sagen, nehme ich mir jetzt hier diesen Trupp und versuche mal zumindest ein kleines Loch hier einzureißen. Einzureißen. Alles klar. So, Tesla Spule direkt platt machen. Direkt platt machen. Und hier... Direkt platt machen. So, weiter. Weiter, Leute. Weiter, 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 weiter. Und weiter, weiter, einfach rein. Los, einfach rein hier. Los. Und die Tesla Spule platt machen. Diese Drecksspule weg, wirklich. So. Und hier hinten die Spule weg machen. Los, mach die weg. Mach die Scheiße weg. Ja, mein Cutter zeigt auch drauf. Es hat aber leider nicht gereicht. Ja, gut. Dann, äh, würde ich sagen, machen wir mit den Hubschraubern mal diese Raketenwerfer da weg. Ah, verdammt. Egal, Leute. Äh, Hubschrauber, mach die weg. Hallo. Okay, gut. So. Okay, Leute. Ähm, ja. Batz, batz, batz. Ihr macht die Hubschrauber weg. Gut, dann haben wir das hier schon mal eingerisst. Aber wir haben schon ein bisschen was kaputt gemacht, ja. Hubschrauber mal hier die Panzer weg machen. Ganz genau. Wir haben schon ein bisschen was kaputt gemacht, tatsächlich. Und... Was schon wieder? Renadiere da. Was? Ja, war klar. War klar, gut. Dann kommen jetzt die Artillerien und... Mach mal kaputt da, los. So, wisst ihr was? Ich baue nur Gummipanzer jetzt. Ich baue einfach Gummipanzer. Weil die haben sich bei der letzten Mission schon bewährt. Zumindest im Originalspiel. Hubschrauber macht diese Panzer im Arsch. Mensch. So. Mach diesen Dreckspanzer weg. Los. So. Alter. Die Flugzeuge. Weg damit. So, direkt weg. Sehr gut. Puh. Wie gesagt, Leute. Die Gummipanzer haben sich in der letzten normalen Mission bewehrt bei den Russen. Mach dir jetzt noch diesen Panzer weg. Und dann würde ich mal sagen, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Dann können wir jetzt hier eigentlich mal pünktlich Schluss machen, tatsächlich. Ganz genau, Leute. Und ja, dann speichere ich das Ding nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann wünscht ihr euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.